Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Minecraft Mod Tutorial. Ich bin Brain oder einfach nur Janik und zeige euch jetzt, wie ihr Optifine installieren könnt. Ihr müsst dafür in die Twitch App gehen, die habe ich hier gerade offen. Und wenn ihr dann auf das Mod Paket geht von Phil, dann könnt ihr hier oben auf das Zahnrädchen gehen und Ordner öffnen drücken. Dann öffnet sich dieser Ordner. In diesem Ordner findet ihr einen weiteren Ordner namens Mods. In den Mods-Ordner müsst ihr nun die Optifine-Jar-Datei hineinladen. Sobald diese Datei in diesem Ordner ist, dann wird sie hier erkannt. Also ihr könnt aktualisieren drücken, könnt runter scrollen und dann wird hier Optifine auftauchen. Und es wird automatisch aktiviert sein. Das nächste Mal, wenn ihr dann diese App hier startet, ist Optifine installiert. Viel Spaß mit Optifine. Tüdelü mit Ü. Tüdelü mit Ü. Tüdelü mit Ü.